Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich muss leider am Vatra so ein bisschen reinquatschen, aber es hilft nichts. Leid, wir haben einiges nur zu tun. Wir bringen jetzt erstmal der Hilda nochmal das Heilmittel. Vielleicht kocht es dann auch wieder ein bisschen Suppe für mich. Und ja, dann müssen wir nur schauen, wo dieser Feld hier ist. Also der Kaiser ein bisschen so um die Stadt rum. Lobertshof, da war ich gerade, aber es soll ja nirgends eine Höhle sein. Ich wisse jetzt nur eine Höhle, die wo bei der Stadt ist. Zwei Höhlen sogar. Von dem her, schauen wir mal. Da müssen wir aber einmal rund um die Stadt. Okay, wir haben ja Akrobatik drauf. Wir sind ja voll der krasse Dude hier. Hier. Ah. Ah. Muss ich sie doch vielleicht selber geben. Was ist los? Äh, ich hab deine Medizin. Hier. Ich hab deine Medizin. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Tja. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. So. Da haben wir das auch. Sagen wir meinem Lober Bescheid. Hey, du. Okay, nee, das war's. Genau, wir haben jetzt bloß einiges da und die sind jetzt anscheinend bei irgendeiner Höhle in der Umgebung von Lobertshof sein. Gut, es gibt schon noch eine... eine Höhle, aber die ist eher da weiter unten. Schau mal. Die ist da nämlich da unten, wo wir ganz am Anfang waren. Ich glaub, da kommen wir nämlich auch runter, ne? War das nicht da? Ah, da kann man, glaub ich, nicht mehr durchgehen. Da ist man früher, glaub ich... zu der einen Höhle gekommen. Naja, gut. Aber in der Nähe von Lobertshof ist eigentlich keine Höhle mehr. Also nicht, dass ich wüsste. Ah, gut. Dann können wir jetzt da mal nur runterschauen. Etwas da noch irgendwas ist. Dass die wirklich die Höhle da hinten meinen. Kann schon auch möglich sein. Ah, gut. Wir aber jetzt schon weit weg von Lobertshof. Die eine Höhle haben wir ja durchsucht. Also, was noch möglich wäre... Oh, was ist diese Höhle? Schauen wir mal. Nope. Da ist nichts. Dann haben wir nur die eine Höhle da hinten bei diesem komischen Schiffswrack. Da, wo man die... wo ganz am Anfang ja die Orkwaffe drinsteckt ist. In der Nähe von Lobertshof. Da fällt mir jetzt gerade eigentlich keine mehr ein. Da will mir nur eine einfallen, ne? Hier. Ah, schwarze Magier. Schön. Was soll ich auch noch gibt? Ich dachte schon. So, da hinten haben wir auf jeden Fall nur eine Höhle. Aber... Da ist auch nichts. Nein. Vielleicht da da noch rein. Weil da auch so eine Orkstatue ist, aber... Fehlanzeige. Wo könnte denn da jetzt noch eine Höhle sein? Also, die einzige Höhle, was... vielleicht in der Nähe von Lobertshof sein könnte... wäre... Da, wo wir ganz am Anfang waren. Also, der Weg, glaube ich, ist zwar irgendwie versperrt, aber es ist in der Nähe von Lobertshof. Und zwar da unten drin. Wo wir ganz am Anfang ja in dieses Tal, wo der Sambo Lester war. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir gerade noch einfallen würde. Was noch in der Nähe von Lobertshof wäre. Da waren die Mein-Geschäuler. So, genau. Da kommen wir nämlich raus. Das ist so das Einzige, was mir noch einfallen würde, was einigermaßen in der Nähe von Lobertshof wäre. Bin gespannt. Die Quest kenne ich nicht. Das ist jetzt für mich auch mal neu. Ah, ich sollte vielleicht auch nochmal ein paar Tränke zu mir nehmen. Gleich nochmal Mana zu uns. So. Ah. Tolle Garte. Warum sind da so Echsenmenschen? Oder Echsenkrieger, je nachdem. Aha. Vielleicht ist das die Hülle. Okay. Das war krass. Okay, dann probieren wir es nur mal. Ach, ich habe fast keine Energie mehr, ne? Dann heilen wir uns einmal. So. Jetzt aber. Oder jetzt sollte er die, die nicht her werden. Hat mein Bino jetzt auch besser in den Bogen schießen? Oh, wow. Okay. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Boah, was ist denn jetzt mit denen? Okay. Die Tränik hat komplett durch. Gut, 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 gut. Na, nadır. Mal. Vom. So. Jungs. Ich blubier's einfach mal. Ich bin aber schon wieder fast am Arsch, ne? Oh, jetzt komm du auch noch her. Uh, okay. Hey, könnte möglich sein, dass da ein Feld hier drin ist? Wenn da schon so eine Typis drinstehen. Boah! Okay, knapper geht's schon fast gar nicht mehr, eh. Knapper geht's echt fast gar nicht mehr. Aber leider viel Anzeige. Leider viel Anzeige. Aber wo soll denn da noch was sein? Und ich weiß, im damaligen Graphik hat man da weitergehen können. Das ist dann ja witzig. Da jetzt nur, wo es sein soll. Vielleicht weiß ich irgendwas von der Hülle. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass da was wäre. Aber gut. Das war jetzt auch irgendwie schwierig, ne? Weil das waren ja so Echsenmenschen. Und keine Orks. Wir könnten da vielleicht nur schauen. Da hinten, die ist ja auch nur rauf. In der Nähe von Lubatshof. Weiß ich jetzt nicht. Oh, Spruchrolle. Sehr schön. Hier ist jetzt keine Gegner mehr. Ah, da kommen wir sonst nochmal rauf. Oh, ein Amulett. Was ist das für ein Amulett? Eine Wendigkeit. Naja. Aber das bringt mir gerade eigentlich keinen Bonus. Lege lieber das an. Willst du dann den anderen Bogen ausrüsten? Nee. Also wir können mal da runter schauen, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Was ist das für ein Amulett? Also... Also... Einfach nein. Einfach nein. Nein. Dann komme ich dann auch bloß wieder da runter, ne? Also dann ist da nichts. Aber wo dann da noch was sein sollt? Da weiß ich nur eine Höhle. Da waren auch Orks. Ah, da waren auch Orks. Genau. Schauen wir mal. Und zwar da hinten. Aber das ist halt eigentlich auch nicht in der Nähe von Lobertshof. Ah, aber es stehen Orks rum. Alter, da müsste man wahrscheinlich den... Weg da runter nehmen. Da hätten wir uns wirklich die Höhle da hinten, da wo wir schon mal waren. Autsch. Ah, schauen wir mal. Also Orks sind da auf jeden Fall. Ah, Schattenläufer, die bringen wir auch noch schnell umkommen. Alles Wurschtes. Ei! Hihihi. Ah, das Fell, das darf ich schon gerne haben. Also, wir können es natürlich jetzt mal probieren. Da habe ich auf jeden Fall Orkse gesehen. Orkse. Böse Orkse. Eins, zwei, drei. Ah, den ich kannte mal her werden zu dritt. Vielleicht. Vielleicht. Oh. So, gerade noch. Okay, werden wir wieder speichern. So, ich weiß da hinten. Hey, warte mal, wo war jetzt die Höhle? Da war die da, da hinten. Das bin mir gerade immer sicher. Da hinten war es doch die Höhle. Da sind aber noch schon sehr nah an der Stadt dran. Genau, da war auf jeden Fall eine Höhle. Aber ist halt auch nicht mehr in der Nähe von Lobarts Hof, darf ich mal sagen. Aber da sind ein paar mehr Elite-Orkse. Whoah! Okay. Die Ringe nehmen wir auf jeden Fall mit von denen. Wir gehen gleich mal wieder aufs Backup, weil nicht, dass man dann doch mal einen Spielstand zerschießt. Es gab nämlich irgendein Update heute und dann hat es geheißen so, ah, hm, ah, könnte vielleicht ein bisschen blöd ausgehen. Ah, kann das die Hülle sein? Ja, ja. Na, komm her. Ah, mittlere Hunden, äh, mittlere Hunden, mittlere Wunden heilen ist schon mal ganz geil. Ah, schaut jetzt ganz gut aus da, glaub ich, in der Hülle. Vielleicht. Aha. Und noch zwei, ne? Oha. Oha. Oberst. Das war der Oberst. Ich glaube, wir haben es. Kriegskarte der Orks. Die schauen wir uns natürlich gleich mal an dann. Aber das ist der Oberst. Das heißt, den Hammer. Kriegskarte, was ist da drauf? Oh. Das muss jetzt aber nicht alles ablaufen, oder? Ah, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Das ist doch einfach nur, ah. Das ist doch einfach nur wieder Spielzeitstreckung. Ah. 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 Ha, ha. Das ist doch scheiße. Oh Gott. Okay, das was, ich muss das jetzt wirklich alles abklappern. Ist ja nicht so, als ob das nicht, äh, bloß ein paar Standorte sind. Die sind ja überall verteilt, ne? Also das da unten haben wir, da ist Lopards Hof, das haben wir auch, da bei Xardas Turm haben wir auch, also die vier unten haben wir schon mal, ähm, ja, hilft nichts, ich glaube, die muss ich, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal, also dann gehen wir mal zu Onas Hof, würde ich sagen. Ja, dann wissen wir zumindest, wo wir hin müssen, so, auf die Felder sollen sich jetzt nur zwei Truppen befinden, ein paar haben wir ja schon gemacht, ein paar haben wir ja schon, aber ja, das ist jetzt wieder genauso wie das mit diesen Schreine reinigen, äh, jetzt sagst du, hey, wir haben keine Quests mehr für die, so, dieser Karten, mach alles blatt, was das ist, bitte. Und ich, als braver Held, mach das natürlich, ne? Ah, die hausen alle leid. Ah, ich hasse euch. Ah, die könnte man doch mal da rüber bringen, oder? Mitkommen, hab ich gesagt. Ja, schauen wir mal, was wir gleich machen, ey. Mitkommen, hab ich gesagt. Ja, viel Spaß. Ha, 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 ha. Ein Mistvieh weniger. Oh. Haben wir das. Das müssen wir natürlich immer wieder auf der Karte ausschauen. Also auf den Feldern sollen zwei sein. Ja, der Vorteil ist natürlich durch die Akrobatik. Durch die Akrobatik. Durch die Akrobatik können wir da ein bisschen was gut machen. Warten wir, aber dann glaube ich sind da hinten noch welche, oder? Hier waren wir gerade. Oder haben die vielleicht einfach zusammengekehrt? Das kann natürlich auch sein. Weil da sehe ich nämlich gerade keine mehr. Ach doch, da sind noch welche. Wo ist denn eigentlich die ganzen Wachen? Ja, aber halt, das war's für die, ne? Okay. So. Dann haben wir die. Gut. Haben wir da noch auf dem Weg zu der... Okay, beim Pass haben wir dann auch noch welche. Okay, dann gehen wir mal nochmal zum Pass, würde ich sagen. Oh, diesen Ding sollte ich ja auch mal ausprobieren. Diesen heiligen Pfeil. Pass von Corine ist das einmal. Das bringt gar nichts. Sag mal, kuh dir überhaupt irgendwas, der Pfeil? Oder trifft der einfach bloß nicht? Also der Kuh gar nix. So, da steht nochmal so ein Orkkerl hier rum. Alleine aber, das ist immer ja eine schöne Abwechslung. Hi. Ach so. Okay. Auch du nicht ihnen helfen können. Ja, 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 ja. Tu mich auch. Alter, jetzt sind da drei von diesen Kriegsherren. Was ist denn da los gerade? Das heißt, ich muss jetzt auch echt nur alle platt machen. Ei, 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 ei. Ah. Orkse verstreut. Eins Ork dumm. Das weiß ich nicht, was das soll, ne? Also es, irgendwie diese, diese Pfeile sind irgendwie totaler Schmutz. Heiliger Pfeil ist sozusagen, keine Ahnung, kann ich es gleich mit Watte bewerfen? Sag ich jetzt einmal. Nein. Oh, warte mal, ich muss die Ringe noch einsammeln. Da haben wir jetzt drei von diesen Hauptmännern gehabt. Ja, dann wisst man, was wir nächste Folge noch zu tun haben, ne? Ein paar Orkse-Umbringer. Also das ist natürlich jetzt schon, ne? Das sind jetzt komische Quests, sag ich jetzt einmal. Mal schauen, etwas mit dieser Drachen. So, komm, den macht man auch schnell, den Kerli. Und dann haben wir es für die Folge. Ja, da sind nur zwei. Was geht denn ab eigentlich? Die spawnen doch wieder. Ja, da bin ich. Langsam müssen doch die einmal weg sein, diese Sudden, oder? Also Tränke rentieren sich langsam schon gar nicht mehr. Außer heute für Mana, ne? So, den da hinten macht man auch noch. Und dann sind wir fertig mit der Folge. So, komm mal her. Ich hau doch nicht aufs Maul. Ach, komm. Du bist unser Lieb. Ja, ja, ja. Ich hab die Alieb. So. Aus die Maus. So, liebe Leute. Das haben wir fertig mit der Folge. Ne? Und dann müssen wir sozusagen in der nächsten Folge haben wir noch ein paar, ähm, ja, Stellen ab zum Klappern bei den Orks. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir da, äh, ob wir dann die Quest auch endlich haben. Dass wir alle Dinge eingesammelt haben. Und dann, glaube ich, wird's, äh, zu den Magiern gehen. Ich bin mal gespannt, ob das in der nächsten Folge schon schafft. Wir werden sehen. Von dem her, ich wünsche euch noch ein schöner Tag. Lasst gerne ein Abo da. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habi die Peri. Von dem� sawt oder in dem. Bis zum nächsten Mal. Über everyone. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.